Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der zweiten Staffel von The Walking Dead. Mal schauen, was wir hier antreffen. Ladebildschirm, 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 Ladebild auf. Was ist Herr Kachau? Ich weiß, wer du bist. Ich auch. Ich habe eine gute Idee für dich. Hoppala Hey, Doc, du bist so nett Hey, Doc, du sagst nicht so. Du hast ihn. Und ich bin Carly. Okay, Carly, du wirst du mit Doug... Du hast ihn, Boss. Hey, Doc, du sagst nicht so. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Leben! Oh, mein Gott. Und ich will nicht sagen, was zu dir passiert. Aber wenn irgendwas passiert zu meiner Tochter oder zu dieser kleine Mädchen, die du mit dir hast... ...haha, du hast deinen Scheiß. Ja. Reiß mir den Arsch auf, bitte. Ja. Ich bin der passiert, wenn dir jetzt hoffen, eine Entscheidung an. Die Hand... Ich kann ja nicht mehr so schnell lesen. Uh... Ist Herbst mittlerweile. Drei Monate schon. Top. Ein Hase. Oh. Oh. Ich bin noch nicht so. 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 Ich bin noch so. Vielleicht sollte ich nicht die Tür öffnen. Ja. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch ein Essen. Ich glaube, ich habe keine Erachtung. Ich bin noch nicht so. Ein Rappet ist nicht so. Aber ich würde es. Wir sind alle. Wir sind alle. Keine Worte. Nichts nicht so. Als ich eine Scheiße für Karli warst, ich dachte, sie würde meine Hand ausziehen. Wir sind alle auf einen Platz. Wir machen uns nur ein bisschen ab. Ja, du richtig. Ich wünschte, wie viel Essen wir haben. Ja, ich weiß, wie viel Essen wir haben. Wir haben noch nicht ins Spaß. Aber nicht genug. Und think das Lilly, wir haben knappe Richtung der Zertäukse97en Flasche gehabt. Einige Leute müssen ohne es nicht gehen. Oh, das ist auch nicht nett. Das ist gut. 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 Vadach, das ist gut. Es ist gut. Ah es macht euch nervös. Hallo. Da sind wir her. Was ist gar nicht? Oh. Wir müssen uns auf unsere Gruppe beschäftigen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe beschäftigen. Hier, jetzt. Wir müssen uns auf unsere Gruppe beschäftigen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe beschäftigen. Wir haben noch nicht mit diesen Menschen gesprochen. Vielleicht können sie helfen. Komm schon, Lilly. Das sind die Leute. Die Leute versuchen zu überleben, wie wir. Wir müssen uns zusammenhalten, um zu überleben. Ein Grund dafür, dass du hier bist, ist, dass du ein Essen hast. Für alle von uns. Aber das Essen ist fast weg. Wir haben vielleicht noch ein paar Monate left. Und ich glaube, dass du nicht mit dem Essen gehst? Ähm... Nein? Alles klar. Sie kämpfen da draußen. Willkommen zur Familie, Junge. Komm her und sehen, was ich gemacht habe. Was? Nein, ich... Komm schon mal, okay? Du glaubst, du denkst, dass du der Liedler dieser kleinen Gruppe bist? Aber wir können unsere wahnsinnige Entscheidungen machen. Das ist nicht dein eigenes persönliche Diktator. Oh, komm schon. Du bist dramatisch. Alles wird immer eine Machtverlust. Kenne. Perfect. Kenne. Kenne. Schau. Once Katcha patches that guy up, you can kick him out of here. Send him out on their own. I couldn't care less. But they at least deserve a fighting chance against the Walkers. And for the record, Kenny wanted to leave those people behind. If Kenny would pull his head out of his ass for five seconds, he'd realize that I make these decisions to protect his family. Finally, we simply don't have enough food. Find ich gut. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. I'm fine. Dad, please. Warum, why don't we go home to the wall? 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 schluss not having a few for everyone noch die schmerz vier nahrungsgegenstände für zehn leute auch die scheiße gehen wir mal mit ihr reden ich glaube die ok ich weiß nicht, kannst du mir kurz eine Hand geben? ja sicher, was brauchst du? einfach ein bisschen Pressure hier, während ich es versuchte, zu öffnen du weißt, ich dachte, ich habe angefangen zu werden damit zu verbreiten, die Menschenrechte aufzunehmen aber ich meine, Kuss und Kuss sind eine Sache aber bitte, dieser Mann hat keine Beine es ist, was dein husband wollte Figuren, ich liebe diesen Mann zu sterben aber ich versuchte, dass er manchmal dümmer als ein Sackhammer naja, du hast alles getan, Lea danke für die Hilfe gehst du an die anderen ich brauche ein wenig Platz hier also sagt, ihr Mann ist dümmer als ein Sackhammer das habe ich nicht gesagt das habe ich nicht gesagt ja 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 wir geben sie dem Arschloch Larry hier ja 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 vor ein paar Tagen ja 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 Ja, ich würde mal sagen, ich muss hier auf ein paar Leute setzen, denen ich vertrauen werde. Oder vertrauen muss. Hier, Clem, du brauchst etwas, was sie essen. Halben Apfel. Ich liebe Apfel. Danke. Sind es mehr? Nein, honey. Das war die letzte. Oh, um... Enjoy it. Du verdienst es. Wie geht's dir, Doc? Ich bin okay. Me und Clementine sind coloriert. Guess was ist es? Ich weiß nicht. Ein Pferd? Nein. Oh, ich weiß. Es ist ein Pferd, oder? Nein. Du warst ziemlich brav, wenn wir diese Leute hierher gebracht haben. Das ist, weil ich weiß, dass Mom sie sich verabschieden kann. Hey, Doc. Ich habe ein bisschen Essen. Ja. Oh, Mann. Ich bin so hungry. Was, jetzt habe ich Dux-Familie? Carly. Sleep in the room? Nein. Ich weiß, wir sollten uns für die Bedienung sein, aber nein. Ich bin nicht. Drugstore? Ja. Der geht mir nachher etwas zum Essen, weil, ja, offensichtlich mag. Unser Typ, die... Wie geht's dir? Du siehst wie schrecklich, Lee. Wann war es die letzte, dass du wachst? Ich bin okay. Ich will, dass du das haben, okay? In case, dass du oder Clementine starten, schweig zu fühlen. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass es nicht wichtig war, warum du mich entspannst, sondern Doug, aber... Du weißt nicht, dass du mich nichts hast, Carly. Sie hat es jetzt nicht genommen. Ich weiß, dass du dich nicht mehr schrecklich hast. Ich weiß, dass du dich nicht mehr schrecklich hast. Es ist wahrscheinlich unser Bestes. Das ist ein Rund, das ist ein Rund, das ist eine Rund. Und dann, die Rund, das ist ein Rund. Ich muss mich nachher von meiner Familie. Ich muss mich wissen, dass jemand, der ich mit mir mit mir, wird nachher von Cat und Duck. Warte, ich weiß, dass... Lee, du hast dich in Gefahr zweimal verlassen. Aber die Rd noch nicht arbeiten, also es gibt keinen Sinn in darüber sprechen. Die Kursche klingt wie eine smarte Idee. Vielleicht ist das beste. Ich weiß, dass es ist. Ich nehme meine Familie. Willst du etwas essen? Hier, Kenny. Geh das. Wie geht mein Junge? Hat er noch zu essen? Ja, ich habe ihm etwas gegeben. Klar, dann handel es dir. Ich bin starved. Danke. Ich glaube, ich gebe noch Mark. Kann ich hier nicht mehr weg? Doch, ich kann auch weg. Wie geht's, Lee? Von hier sieht es aus, wie du spielst. Das sind meine Favorites. Ja, genau. Halt die Fresse. Logisch. Ich kann ja nicht einfach irgendjemanden... ...den wir ihm noch etwas zu essen. So. Guten Appetit. Hier, eat something. Kräcker und Käse. Danke, Lee. Wir haben mir jetzt nichts gegeben. Not such an easy job, is it? Never said it was. Oh, wo bin ich? Ja, ich komme mit. Ja, ich komme mit. Du bist nicht glücklich mit deinen Reisen. Du bist raus? Was hat mit meinem Essen passiert? Es gibt nichts mehr. Du tritt Leute so wie das, und deine Tage in dieser Gruppe sind nummeriert. Du willst sprechen, alter Mann. Ja? Ich sehe nicht, dass du auf dieser Wall arbeiten. Ja. Tu mal nicht so schwang. Ernsthaft. Ken, Lee. Komm her, bitte. Er hat es nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, verdammt. Ich komme mit diesem Scheiß. Ken, komm zurück. Es ist nichts... Lass ihn gehen, Kadja. Was? Er braucht nur Zeit. Es war ein schwieriges Morgen. Der Mann, den du bringst, habe ich versucht. Aber er wird nie überleben. Nun, zumindest ist er nicht unser Problem mehr. Was über das andere Kind? Oh, scheiße! Was zum Henker? Aber der wurde... Der wurde doch nicht gebissen. Der wurde nicht gebissen. 100% nicht. Eh. Kuh, 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 kuh. Ah! Ah! Ach, die Scheiße. Woaah! Er ist noch genug auf die Kante. Kicken ins Gesicht. Ah, alle das! Ah, der Schwede! Nein! Das erste Mal, dass ich gestorben bin! Ah! 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 weg 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 röm klà drück ihm die Augen ein dort aber 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 jakby ich begravte eben nicht mehr Danke für die Axt. Jetzt kann ich mich wieder wehren. Eppner ist nicht gebissen worden. Sag's endlich. Was? Buss? 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 Ach du scheiße. Buss? 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 Wir wollen nur wissen, ob ihr alle können uns helfen. Ich habe gesagt, zurück! Carly. Wir wollen keine Probleme. Natürlich, wir wollen auch nicht. Ich bin Andy St. John. Das ist mein Bruder, Dan. Wir sind gerade für Gasolien. Wir sehen uns, dass die Leute die Motel getrennt haben, das ist gut, aber wenn wir ein Gas geben können, wir würden sehr verletzt werden. Warum brauchen wir Gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Hmm. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, uh, what are y'all thinking? You've got a deal. We'll bring some gas to you, Derry. In exchange, you give us some food to bring back. We'll see how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. Hmm. So, this dairy, do you guys really have food? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter, and cheese stocked up. And with the vegetables we grow, we got plenty of food. It's nice to get away from that motel for a while. This Lily-Kenny thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. Eekh. You think they'd want me for a little? Sure. Everybody looks up to you. Well, not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Does anyone else know? Larry knows. Great. That can't be easy. Clementine might know. She was there when we were talking in the drugstore. Ask me about it. I lied to her, but... What exactly did happen with the senator? Somehow, I ended up... It was an accident. I mean, I pretty much knew about the affair. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to. Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Not sure everyone would see it that way. Maybe you're right. Listen, over the years, I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like yours a hundred times. It doesn't have to make you a bad man. Reporterin. I, uh, really appreciate that. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Macon. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. Y'all seem pretty settled in at that motor inn. Who's running things over there? Kenny's a guy who really keeps a group together. Kenny. Don't let Lily hear you say that. How many people you got over there anyway? Nine, including the kids. You forgot Ben. Me? That makes it ten. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food and, quite frankly, we could always use an extra helping hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for, well, as long as I can remember, but now it's getting... You think you're going to cut me out of this? What? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. You and Gary are always pulling this shit. Fucking bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Your paranoia's pissing everyone else. Who are they? Fuck you. Fucking assholes is what they are. And you guys were keeping it off of yourself. There's only two of them. Oh, no. There's not more. We ate it all. What are you going to fucking do about it? Don't worry, Danny and I got you covered if something happens, but let's just wait this out and hope they move on. Fuck you! What? Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole! 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 The world out here is going to shit. Come on, let's get to the dairy where it's safe. Der ist tot. Bewegt du dich? Nein, nein, bewegt sich nicht. Oh, die kleine Gruppe geht und geht und geht. St. John Family Dairy. Y'all can see how we kept this place so safe. The fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a zapper. We're pushing 4,000 volts through that thing with generators and eggs. I'm going to assume that's a lot. This is a really brilliant set-up. Suits us just fine. This place looks untouched. You'd never know the rest of the world is in ruins. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our mama. I'm Brenda St. John and welcome to the St. John Dairy. This here's Lee. He's from Macon. A couple of our old farmhands were from Macon. They grow them good there. They got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness. That place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? Kenny's working on getting us somewhere safer. He doesn't think the motor end will stay safe forever. Sounds like a smart man. Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Does that offer apply to the rest of us? We're all incredibly hungry. These are for y'all. Bake fresh this morning. Amazing. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she... We have a vet, but we could bring her here. We can help you out. We can help you out. A vet? Oh my! Our prayers have been answered. Maybe our whole group could come. For the day. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's kind of food. Mega schön hier. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? They're offering us food. We should do whatever we can to make these people like us. The way Brenda was talking, I get the feeling like she'd be happy to have us stay. All the more reason for us not to fuck this up. If Andy needs some help securing the perimeter, then that's what we do. Ja, das machen wir. Ja, wir schaffen das. Na, 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 na. Hm. Ich denke, du, Husey. Ah, ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Lachen wir mal mit ihm. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? Yeah. If anyone tries to fuck with us, they'll regret it. Well, protecting your people is important, but in my experience, having that many guns around is when people get dangerous. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman. He figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy? We got lots, son. We gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. Never know. Ich hab das Gefühl, da passiert etwas. Es kann ja nicht nur so friedlich enden. Uh-oh. Do you think we're doing enough to get the St. Johns to like us? Well, we don't want to seem over-actious. Showing them we can handle this fence is gonna go a long way. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. He wouldn't be such a pain in the ass if you weren't telling him we were talking behind his back all the time. I'm sorry. All right. That guy's a piece of shit anyway. Relax. You're not making things any better, riling him up. There's one. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Untoten. What do you think he was? Maybe a farmhand. I don't know. I hope he wasn't like this long before the fence finished him off. Yeah. Gut, schubsen wir ihn darunter. Oh nein, er steckt am Pfeil. It's like he's stuck. Zieh einfach. Jetzt runterschubsen. Hm, das sieht der Kass, der ist durch. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? The fortress needs people to defend it. We've got enough people. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see it. Ooh, there's he's on the button. That was just fun. Whoa. Der hängt noch ein bisschen. Der war am Hardrock Festival. Jetzt ist er vor so. Im Beat drin. Woohoo. Schneid dir die Hände ab. Au. You never get used to the smell, do you? Nope. Christ. I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but it's all that's keeping me on my feet right now. Do you think they're going to be good for dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so. Come on. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off the whole kid. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. Himmel Knusperlocket er raus. Holy fuck! What just happened? The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Ähm, what the fuck? Uh-oh. I've got to know where the hell came. Äh, Jesus. Nochmal, jetzt weiß ich, where the hell came. Alter. Ähm, can we den schieben? Ja, we can. Did you really think you'd fuck with that? Okay, nein, we can't do it. Is there anything else? Yeah, there is something. There is something. Now you're fucked! Wir haben gar keine Vereinbarung. Ist hier noch jemand? Give us the food! What is our food, you asshole? Wir haben überhaupt nicht abgemacht. Jetzt weiter. Ja, ja. Warum haben die zu viele Pfeile? Noch einer. Oh, da ist doch keiner für Pfeile her. Ziehen. Wo wir hinwollen? Wir wollen nicht die Molkerei zurück. Wieso? Noch ein Zombie. Ja, der war der, der wir vorhin untergesto... gesto... 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 der wurde doch gegrillt. Nein, das war nicht der. Was? Ins Gesicht. Ins Gesicht. Hup! Das darf ich nicht zu langsam sein, weil der Zorn wird mich sonst anruft. Ich darf nicht zu schnell sein. Ah, du Scheiße. Danke. Okay. Close! Was ist ein Henkel? Oh, my Lord. Oh, my God. What happened? He got shot with an arrow. Christ, are you going to be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh, no, honey. Come on, Brenda's got you. Come on inside now. We'll have your own story about it. What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of crimes in the beginning. They killed a bunch of our farmhand. We were able to get them to stop by making a deal. What did you do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. It was just a fluke thing. We can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor end. Oh, many cats are scared. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're going to let those sons of bitches get away with this. Do you know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Tip me, let's lock on. Pandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer than that motor end. I think all of us in our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm going to go out and help Ben deal with these fans. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. Yeah, okay now. Real charming dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor end until we get back. Hey, uh, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. Hope your kids like swings. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah. Thanks. Anytime. We're looking out for you. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ort, um dieses dramatische Drama hier zu beenden. Nein, eigentlich ist es diese Folge mal nicht so dramatisch, denn wir haben ein schönes Haus, sind sicher, haben einen Elektro-Zahnrotum, bekommen gleich Essen. Ja, ich hoffe, das bleibt so für eine Weile. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.